moin leute und herzlich willkommen zurück heute mal wieder eine folge aus flipper hatte ich will auf jeden fall was helles haben ich kaufe jetzt mal einen topf hier weil andererseits das könnte auch wieder zu steril wirken für ein feriendomizil könnte durchaus sein also ich würde sagen das braun ist definitiv dunkel und dann immer was helleres ich sagte ja das ist ein bisschen experimentierfreudig und da müssen wir noch farbakzente hintersetzen damit es auch vernünftig aussieht insgesamt ist das ja auch alles geschmackssache dem einen gefällt zum anderen nicht also mit farben kann man es nie jemandem recht machen ich kann jetzt auch hier rosa dran machen dann gefällt es wieder jemanden aber immer anders wieder nicht und ich denke ich war bei uns für knees und ich bin nicht einfach nicht Das wird auf jeden Fall weiß, weil ich mag das nicht, wenn diese Innenwände noch die gleiche Farbe haben wie die Wandfarbe, allerdings da oben drüber, da definitiv kein weiß, sondern da kommt die Wandfarbe. Das sieht doch schon mal hell aus, finde ich, das ist freundlich aus. Also dann würde ich sagen, machen wir das nämlich anders, ich nehme jetzt hier die Farbe. Die bleibt nicht, ist eine andere Sache. Der Flur so oder so schon ziemlich dunkel ist. Ja, würde ich glatt behaupten, dass wir definitiv den Flur erstmal weiß machen. Was wir hier danach mit dem machen, das ist dann eine andere Sache. Der bleibt sicherlich nicht ganz weiß, also das schätze ich mal. Das kommt ja auch darauf an, welche Türen machen wir da hin, rein in den Verbänden. Welchen Akzent kriegen die anderen Räume eventuell. So, jetzt mache ich die weiß an, weil man das hinter eventuell durch die Tür doch blöderweise sonst zieht. Dann würde ich auch noch mal ein Strich haben. Reichtlich, reichlich was zu tun, also. So, der letzte Anstrich, dann haben wir alles soweit schon mal weiß. Ja, ich weiß. So, das sieht sehr viel freundlich aus, finde ich. Definitiv. Da noch ein paar schöne Bilder hin. Vielleicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir da nochmal. Musik 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 Ein bisschen Farbe an die Wand bringen. Das wäre cool, das wäre genial, das wäre richtig nice. Hier ist es jetzt natürlich ein bisschen blöd. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das jetzt gleich aussieht, wenn ich das so mache. Aber das würde nicht aussehen sicher schon. Wenn ich jetzt so, sieht es wahrscheinlich besser aus für mich. Das sieht schön aus, da sind ein paar Bilder noch dran, das ist nice. So, jetzt wollen wir aber mal gucken, was wir noch haben. Wir haben jetzt Deckenlampen, brauchen wir nicht. Dann nehmen wir einmal die. Ich möchte das Haus ein bisschen hell belassen. Deswegen weiß ich noch nicht, was wir da machen. Und kaufe erstmal ein paar davon. Einfach nur, um zu gucken, wie es aussieht. Ich finde, das sieht schon mal ganz gut aus. Ne, das ist zu dunkel. Ich finde, das ist ein bisschen zu tun. Ich finde, das ist ein bisschen zu tun. Ich finde das, das ist schon cool, das ist echt, finde ich, es ist echt nice. Natürlich muss ich jetzt von allen Seiten nach. Damit das auch vernünftig aussieht. Ich glaube, davon muss ich mir noch welche kaufen. Aber es sieht gut, nicht so cool aus. Das passt auch ganz gut. Da sieht doch heiß aus, finde ich. Wenn ich jetzt noch alle... Hier mache ich diesen Tisch noch. Weiß. Ja. Zumindest, jo. Farbtopf kaufen. Ja. 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 Ich weiß nicht. Ja. 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 Ich nehme jetzt die Kelle hier. Sieht gar nicht so schön aus. Was gab ich denn das? Mühsam, wenn er sich das platzt. Ich auch. Da kommt eine Küche vorgestellt. Also es wird schon cool aus wie ein Eier. Echt? Wenn ich mir mal gucke, ob wir auf Fliesen fließen. Können wir ja gerne auch mal gucken. Nicht Boden fließen, sondern Wand fließen. Ja, haben wir... Ist das schon was Neues für Schönes? Sehe ich jetzt nicht, ne? Hier? Naja, finde ich, finde ich auch. Also, von daher nehmen wir das da. Flüstern damit die Wand. Wird schon echt nicht schlecht aussehen. Was ich möchte, sind natürlich hier nochmal andere Bodenfliesen. Weil, mir gefällt dieses... Fliesen sind so dreckig aus. Oh, jetzt ist gleich ein Eier. Da müssen wir gleich ein Ries kaufen. Davon brauchen wir nochmal ein bisschen was. Oh, jetzt ist gleich ein Eier. Drei mal ein paar Nil�. Da haben wir ja noch ein paar Nieder. Da haben wir ja gleich noch das zu sehen. Ja, genau. Da ist das da? Ja, wenn man auch so etwas möchte. Das ist ein bisschen aufwendig, weil die Streichel geht natürlich schneller. Aber man muss es ja auch ein bisschen hübsch haben. Und ich finde, das sieht gut aus. Das ist ein bisschen aufwendig, weil die Streichel geht. Das ist ein bisschen aufwendig, weil die Streichel geht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020